Im Viertelfinal stiess die Schweiz auf Österreich. Dieses Spiel sollte eines der denkwürdigsten dieser Weltmeisterschaft werden. Zwölf Tore in einem begeisternden Spiel bei tropischer Hitze im Lausanne Olympiastadion. 2 zu 0 noch in der gleichen Minute, wo Prügeln. Er besorgte das 7 zu 5 für Österreich in einem unvergesslichen Spiel. Zutte, vorbei an Koeman. Oh, 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 oh. Da oben. Ja, ja, jawohl. So, das ist Regi. Das erste zweiter Tor. Die Effizienz hat gefehlt. Gut begonnen, Regi, Rorell in der Mitte, Lauern, Forza und Chapiza. Zutte, ja, diesmal zählt, diesmal zählt. Tor, Tor, Tor. Oh, wenn der noch zum Abschluss kommt. Das Spiel ist unterbrochen, das Spiel ist unterbrochen. Merz, nicht unterbrochen. Tor, Tor. Kämpferneide. Oh, und jetzt. Schön knapp. Tor, 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 Tor. Oh, oh, oh. Wir kommen. Oh, 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 oh. Tor, 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 Tor für die Schweiz. Die Hälfte ist nur, das gehört der Joch und die andere Hälfte, Chelsea Fernandes. Die wird gefunden, die Joch und Riep, Tor für die Schweiz, Tor! Scherdan, Schakiri! Die Schweizer kommen mit Schakiri, geht allein aufs Tor, Schakiri schiebert, schiebert, Tor, Tor! Geht allein durch. Schakiri, Schakiri, Tor! Tor für die Schweiz! Der Ball kommt zur Mitte. Immer noch heiss, Schakiri wird den Ball noch erlaufen. Er hat ihn den Ball. Schakiri, Ball kommt! Merk ich jetzt! Nein, 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 bitte nicht! Bitte nicht! Das gibt's doch gar nicht! Mein Gott! An den Posten prallt der Ball! Das ist doch nicht möglich!